MBM, hier ist mein Black TV. Was soll ich sagen? Tschüss. Das ist wirklich geil. Ich würde sagen, wir alle nicht so gut. Jetzt in der voller Nachtszeit, erscheint die Öffentlichkeit in Schafen und ganz fürs Machen. Oh, das ist wirklich sehr schön. Ich habe Angst. Ich fühse mir nicht wieder neugierig, ...Herr Sch �chchchch, ich werde es nicht immer k enden, ich werde nicht mehr er provisions. ... Sharkn realidade ... ... und das Leben, Kcamas City. Macht jedem nie mehr. In der voller Nachtszeit hier tritt und deshalb ist Ihr Rauschen, da gibt's mit dem Ding, wir treten leicht über sie. Die Kirche ist in der Nähe von Köln. Aber der Weihnachtsmarkt müsste eigentlich da sein, aber jetzt sieht man ja nur den Schnull. Das ist genau hier. Wir haben nun unsere Reise mit über 70 Meter im Berg. Seine Namen, die wir in der Sendung von Sankt Lambertus, die schon verlastet. Nach ihm ist auch die reislich verwendete Sankt Lamberti gekommen. Hier ist so gut, dass die Funktionen des Stuhl. Und für eine will erneutige Lösung verantwortlich. Von außen kommt auch das Backsteinerne Gebäude in Deutschland. Und für einen Tag, wenn es hier so geht man, die wir in Deutschland bauen. Wir wollen die Rettungsmesserung. Daher hat man den Griff. Hier ist der Türkisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.